Hallo und Willkommen zu einer ganz kleinen Runde hier in Aidean Isolation, damit ihr schon mal so einen kleinen Vorgeschmack bekommt. Ja, ich spiel grad das Spiel so ein bisschen an, damit ich nicht komplett blind reingehe und auch ein bisschen was kann. Was war das denn? Ja, das war ein Generator, mein Freund. Gehen sie mal weg. Ja, deswegen, ich spiel das jetzt grad ein bisschen an, damit wir später nicht komplett blind reingehen und nicht wissen, was wir machen müssen. Und, ja, da würde ich das versprechen. Da wollte ich euch einfach mal informieren, ein bisschen anspielen. Hey Star, kommen Sie raus, dann tun wir Ihnen nichts. Er scheint nicht kaputt zu sein. Woher willst du das denn wissen, Einstein? Wenn der Generator durchgebrannt wäre, wäre hier raus. Gute Arbeit, Ripley. Hier lang, seien wir besser ruhig. Wie gesagt, das Spiel ist grad nur so ein ganz klein bisschen an und, ja. Das Spiel sieht also in etwa so aus. Hat schöne Grafik, finde ich, auch wenn es ein ganz altes Spiel ist. Und, ja. Wie weit noch? Fast da. Transit ist gleich davon. Ja, wie gesagt, das Spiel wird schon festgekommen, komm auf jeden Fall. Jetzt gerade nicht, weil es... Aber ein Dankeschön. Wie gesagt, es ist jetzt dann nicht so wirklich nötig. Aber, ja. Warten wir kurz, bis der Duty angekommen ist. Die, glaube ich, hier in dem Spiel sind echt ein bisschen... ...larm, sag ich mal. Er ist aus. Die Scheißkerle haben uns abgeschnitten. Ja, ja. Ich hab's. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich nehme die hier und sie gehen zu dir auf der anderen Seite. Okay. Keine Ahnung, ich... Das ist wirklich so... Ja, auch nochmal so kurz das aufnehmen, aber aufgrund von Zauns und sowas. Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Oh, hier seid ihr. Oh, da kommen wir mal. Bleiben sie still. Oh, okay. Oh, okay. Okay, okay, okay. Ja, das denke ich auch. Halt, äh, sch, halt. Ja, verfehle ich mich. Da ist jetzt leidigst du uns, ey. Ja, haben wir. Da haben sie recht. Cool, da ist, da ist irgendwas. Hier, geht es ums Überleben. Ach, wirklich? Verstehen Sie das? Ähm. Hören Sie da was? Ja, ich hör da was. Ich höre was. Ich auch. Axel? Scheiße. Was ist das denn? Sieht aus wie Sabba. Und damit sind wir hier allein. Ja, das soll es aber auch... Ja, das soll es aber auch erstmal für einen kurzen Vorgeschmack für das Spiel gewesen sein. Ich hoffe, ihr freut euch jetzt darauf. Jetzt wohl dieses... In etwa wisst, wie das Spiel abläufen wird. Macht's gut. Und ciao. Euer Dwight Game.